Hallo, das ist Axel. Er ist Spediteur und Experte für Gütertransporte. Den Betrieb hat schon sein Vater gegründet. Axel ist für viele Mitarbeiter verantwortlich und natürlich auch für die Waren seiner Auftraggeber. Auf seinen Fuhrpark und seine Logistikanlage ist er schon stolz und er hat gerne den Überblick. Da Axel versichert ist, nutzt er für seine Information das Krawak Online Kundenportal, für das ihn sein Berater berechtigt hat. Bequem kann er nun von überall zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen, die ihm wichtig sind. So kann er nicht nur auf die Daten seiner bestehenden Versicherungen, für seinen Fuhrpark und die übrigen logistischen Risiken zugreifen. Er kann darüber hinaus Schäden online melden und den aktuellen Stand der Schadenbearbeitung ablesen. Auch der Vergleich seines aktuellen Schadenverlaufs mit den Vorjahren ist einfach möglich. So merkt Axel schnell, wenn die Schäden zunehmen und kann reagieren. Auch die Abrechnungsdaten bekommt Axel nun elektronisch über das Kundenportal zugestellt. So kann seine Buchhalterin Karin die Daten in den firmeneigenen Systemen einfach weiterverarbeiten. Das finden beide super. Kinderleicht versichert nun Axel auch die Waren seiner Kunden. Mit der Deklaration von Krawak Online ist das in wenigen Augenblicken erledigt und Axel kann sich Wichtigerem zuwenden. Und wenn Axel einmal eine Versicherungsbestätigung benötigt, braucht er nur einen Knopf in Krawak Online drücken. Axel hat was er braucht. Zwei zuverlässige Partner, die Krawak sowie der Überblick im Kundenportal Krawak Online. Mit der Deklaration von Krawak Online Vielen Dank.